Also tja Leute, ja, ich bin's wieder. Ich hätte mal vorhin ein bisschen was anderes zu machen, so nehm die ganzen Let's Plays und da versuche ich mir einfach irgendwas auf den Subreddit, auf Reddit hier von Blast Images irgendeinen Scheiß anzustellen. Viel Glück. Oh weißt du was, ich will dann mal so gerne mal nach China. Oh ja, gleich da hinten geht's eben runter. Oh ja, danke. Roses are red. The Death Star Road. It is over Anakin, I have the high ground. Roses are red. Romance, Romance is dead. Every day I suffer from existential dread. Yay. The battle has begun. Schatz, ich glaube bei uns sind die hier forderliche beim Auto kaputt. Machen sie, mache dich keine Sorgen. Ich werde mich schon, schon neue arrangieren. Bitte sag, es sind keine Kronleuchte. Es werden Kronleuchte sein. Und wir hier das Futter ausmachen. Ja, ganz wunderbar. Irgendwann wirst du leiden. Irgendwann werde ich an deiner Seite stehen. Oh, den Hellenkopter. Du bist so, Helikopter? Nee, Hellenkopter. Und sowas hin. Ey Jim, hier da ist hinten so ein Kind an der Kasse. Das heißt, du musst wahrscheinlich ein Nebimi holen. Ach man, aber ich will nicht. Warum? Es ist nur... Warum? Es geht doch ganz einfach. Ja, aber sie sehen mich alle an. Sie sehen mich alle an. Es ist Nerf oder nichts. Hallo, fellow Traveller. Would you like to buy some Potatos? Photo Express Inn. Imagining specialists in Fotografikstudio. We can shoot your wife. Frame the mother-in-law. If you want, we can hang in too. Ich will einen Termin für Freitag. Die Karte der Erde. Nur alles ist Südamerika. Wie gelangweilt muss man sein. Es ist einfach denn noch beeindruckend. Keine Hunde erlaubt. When there is a Ney, there is always a way. Oh, ich nehme mir mal so eine Banane hier. Was könnte schon schön passieren? Dankeschön. Das war Blast Images. Und das war meine... Meine verlorene Ehre. Ja, ich gehönte. Ja.